Musik Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht es allen allen gut und heute bekommt ihr ein neues Video von mir und in diesem Video wollte ich euch meine neu eingekauften DM-Produkte vorstellen, denn ich war so ein bisschen in der Drogerie einkaufen und habe mir gedacht, da ich schon ewig keine Drogerie-Hall mehr hochgeladen habe, wird es wieder Zeit für einen Drogerie-Hall und ich hoffe natürlich, ihr freut euch jetzt so ein bisschen über dieses Video, falls ihr euch nicht über dieses Video freut, dann ist es schade. Falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt, könnt ihr mich natürlich wie immer fragen, sämtliche Infos findet ihr ansonsten in der Infobox, also unter mir und natürlich auch sämtliche Links zu meinen Social Media Seiten, wo es eigentlich nur Instagram gibt, aber egal, ihr findet wie immer alles in der Infobox. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns einfach mit diesem Video starten, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's! Ich muss jetzt ehrlich zugeben, dieser DM-Haul ist so ein bisschen essenslastig, ich kaufe nämlich super viele Essensprodukte immer bei DM, weil ich ja sehr auf gesunde Ernährung und so schaue und da kaufe ich einfach immer sehr, sehr viel bei DM ein. Allerdings habe ich jetzt eine Sache bei Müller gekauft, war, das muss ich euch nämlich jetzt zeigen, sind es Proteinnudeln mit 42% Protein und Leute, also die habe ich jetzt schon aufgemacht, weil die mache ich heute für mich und meine beste Freundin. Falls ihr auch so ein bisschen auf eure Ernährung schaut und gerne Nudeln esst, kann ich euch wirklich nur die Organic Protein Pasta von Max Sport empfehlen, die sind wirklich richtig, richtig lecker. Ich kann mir davon vier Portionen machen und bin ich richtig begeistert von und bin richtig froh, dass es die jetzt bei Müller gibt und vielleicht hier irgendwann noch bei DM, würde mich auf jeden Fall freuen, aber die kann ich euch wirklich nur empfehlen, die sind super, super lecker und escht ja auch gerne trockene Nudeln. Es ist immer so, dass wenn ich zum Beispiel Nudeln koche, dann stehe ich da und futter erst, bis das Wasser halt sprudelt, bis das kocht, futter ich dann immer die trockenen Nudeln. Also kann sein, dass es nicht so gesund ist, aber das mag ich irgendwie ganz gerne. Ja, dann würde ich sagen, packen wir jetzt mal meine ganzen DM-Produkte aus. Da habe ich mir nämlich zum einen das Bio-Kokosöl von DM gekauft. Das ist ein Produkt, das ich irgendwie immer daheim habe. Weil das ist einfach so ein Allround-Produkt. Ich benutze es super gerne zum Kochen. Ich finde, dann bekommt das Gericht einfach so einen speziellen, guten Geschmack. Und ich benutze es auch ganz gerne zum Abschminken. Wenn zum Beispiel mein Abschminkzeug spontan leer ist, hält immer mein Kokosöl her. Was ich zum Beispiel auch ganz gerne mit dem Kokosöl mache, ist zum Beispiel eine Haarkur. Das heißt, ich nehme mir so ein bisschen Kokosöl raus, gebe es in die Mikrowelle, sodass es warm ist. Dann wassiere ich es von der Kopfhaut bis hier unten schön ein, gerade an der Kopfhaut, um einfach das Haarwachstum so ein bisschen anzuregen. Und dann lasse ich es so ein bisschen einwirken und dann wasche ich mir einfach ganz normal meine Haare. Und das ist wirklich eine ganz tolle Kur, finde ich besser, als jegliche Kur, die ihr euch in der Trügerie kaufen könnt. Deswegen, ja, Kokosöl ist einfach mein Allround-Produkt überhaupt. Da habe ich mir Chai-Tee-Klassik geholt. Ich bin so ein absoluter Chai-Trinker. Ich liebe Chai-Latte. Und das Ding ist einfach, ich habe immer von Krüger diese Pulver gekauft. Da gibt es ja in Schoko und in Vanille und in Kokos. Gibt es ja die verschiedensten Richtungen. Allerdings ist halt da unglaublich viel Zucker drin. Und ich habe mir jetzt einfach überlegt gehabt, probiere es doch einfach mal aus selber zu machen. Und ich mache das dann einfach mal so. Ich mache ganz normal meinen Chai-Tee. Dann gebe ich einen Schuss Milch dazu. Und dann habe ich so meine Flavordrops, also zum Beispiel Toffee oder Vanilla-Chocolate, glaube ich, heißt es. Oder einfach nur Vanille. Die gebe ich dann ganz gerne dazu. Dann ist er auch süß. Und es schmeckt so lecker. Und dann am besten noch so ein Ingwerstück dazu und Zimt. Dann habt ihr so euren eigenen Chai-Latte kreiert. Den Chai-Latte gibt es übrigens einmal in Classic und in Schoko. Schoko habe ich eben schon daheim. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Den Kassenzettel habe ich jetzt leider nicht mehr da. Aber das müssten um die 2 Euro gewesen sein. Und ich liebe einfach Chai-Latte. Also richtig, richtig gut. Machen wir weiter mit einem Kosmetikprodukt. Habe ich mir von Garnier. Okay, wahre Schätze, Hitzeschutzmilch ohne ausspülen, sanfte Hafermilch gekauft. Leute, das Ding riecht einfach mal so abnormal lecker. Gut, richtig, richtig genial. Ich habe einfach einen neuen Hitzeschutz gebraucht. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie der so ist. Wenn der so gut ist, wie er riecht, dann ist das der perfekte Hitzeschutz. Das riecht einfach so lecker. Ich sage es euch, wenn es so ein Parfüm geben wird, das würde ich richtig feiern. Richtig, richtig toll. Es hat einen Hitzeschutz bis zu 230 Grad. Das heißt, ihr könnt euer Haar bis zu 230 Grad mit Hitze belasten. Zum Preis, das müssten ungefähr 4, 5 Euro gewesen sein. Bin ich mir jetzt leider nicht mehr ganz so sicher, weil ich habe einfach nur noch an dem Ding gerochen. Und habe mir gedacht, okay Nadine, das probierst du aus. Weil wenn deine Haare dann so gut danach riechen, das ist ja mega toll. Deswegen, ja. Dann habe ich mir, was habe ich denn noch gekauft? Genau. DM Bio, weiße Schokolade, Kokos, Mango und Maracuja gekauft. Die habe ich aber jetzt nicht für mich gekauft, sondern die habe ich für meine Chefin gekauft, weil die Geburtstag hat. Und ich habe passend dazu noch ein paar Sachen für sie gekauft. Deswegen ist, sie mag einfach sehr, sehr gern fruchtige Sachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, kauf sie einfach mal Kokos, Mango, Maracuja. Ich hoffe natürlich, dass es ihr schmeckt. Dann habe ich ihr einmal von Schwartau diesen Cleversnack gekauft. Ich liebe die Leute, die sind so lecker. Die gibt es in vier verschiedenen Sorten. Ich habe ihr jetzt Banane, Dattel, Erdnuss gekauft. Ich persönlich mag Banane jetzt nicht so wirklich, aber sie mag Banane sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich ihr das gekauft. Dann habe ich ihr noch Bananenchips gekauft. Ich denke einfach, sie knabbert einfach ganz gern sowas zwischendurch, dass ihr die sehr, sehr gut schmecken werden. Und ich glaube, sie hat noch nie Bananenchips gegessen. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Und dann habe ich ihr noch einmal so einen Schutzengel gekauft. Also, ja, Schutzengel schadet irgendwie nie. Ja, ich finde irgendwie Schutzengel, also jeden Schutzengel, den ich zum Beispiel geschenkt bekommen habe, den hebe ich mir auf. Und irgendwie hat das halt, finde ich, eine schöne symbolische Bedeutung. Und deswegen habe ich ihr einen Schutzengel gekauft. Einmal habe ich ihr was von Shiseido gekauft. Und dann habe ich noch was von Kneipp gekauft. Auf jeden Fall, ja, das wird sie jetzt dann von mir bekommen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass sie sich freut. Und, ja, das wollte ich euch jetzt auch kurz zeigen. Das nächste Produkt ist von Nivea. Ja, und das ist ein Haarspray und ich liebe die Haarsprays von Nivea, weil die finde ich einfach nicht so schwer an den Haaren liegen. Und ich habe jetzt das Volumen Haarspray, Kraft und Pflege. Ja, also ich weiß nicht, was das jetzt in einem Haarspray der Aspekt Pflege beinhaltet. Aber auf jeden Fall finde ich den Nivea Haarspray richtig, richtig gut. Ich mag das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr. Sie sind nicht so teuer. Und auf jeden Fall, ja, machen sie ein schönes Ergebnis mit den Haaren. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Wo wir schon bei Haarprodukten sind, ich verliere gerade meine Ringe, zwei Haarschampoos gekauft, weil ich neue gebraucht habe. Und zwar sind die beide von Alverde. Das ist einfach ein Shampoo und eine Spülung, die ich verkehrt rumgehalten habe. Und zwar ist das die Anti-Fett-Shampoo. Deutsch. Das Anti-Fett-Shampoo Bio-Brennnessel und Zitronenmelisse. Ich mag es einfach gerne, wenn ein Haarschampoo das Haar richtig schön reinigt. Dann habe ich so ein Sauberkeitsgefühl. Und es riecht halt richtig, richtig frisch. Und was mich halt da echt überzeugt, ist, dass keine Silikone drin sind. Und dann habe ich mir einmal die Nutri-Care-Spülung Bio-Mandel- und Arganöl für trockenes und sprödes Haar gekauft, weil ich einfach meinen Spitzen immer sehr viel Feuchtigkeit und Pflege geben möchte. Auf die beiden Produkte bin ich schon sehr gespannt, weil ich jetzt schon seit Längerem so ein bisschen drauf achte, keine silikonhaltigen Produkte herzunehmen. Und ich muss sagen, man merkt es extrem bei den Haaren, weil die einfach am Anfang schon relativ trocken aussehen. Ich habe ja prinzipiell schon extrem trockenes Haar. Und ich finde einfach, dass dieser Umschwung, wenn man keine Silikone mehr irgendwie benutzt, dass die Haare noch trockener aussehen, wenn es bei mir überhaupt geht. Aber vielleicht ist es auch Einbildung. Aber ja. Jetzt habe ich mir von Kaufmanns die Haut- und Kindercreme geholt. Das ist jetzt ein Produkt, was ganz, ganz wichtig für den Winter ist. Das pflegt die Lippen einfach richtig, richtig gut. Abends schön dick vorm... Abends einfach schön dick vorm zu Bett gehen drauf machen. Und ja, in der Früh sind dann die Lippen richtig schön weich. Mag ich sehr, sehr gerne, gerade in der Winterzeit, weil es einfach sehr reichhaltig ist in Sachen Pflege. Habe ich tatsächlich noch ein paar dekorative Kosmetik-Sachen gekauft. Und das sind jetzt eigentlich alles Lippenprodukte. Ich bin total der Freak. Ich fange jetzt mal mit dem Produkt an, was jetzt kein Lippenprodukt ist. Und zwar ist das von Essence der Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe den geswatcht und ich habe den wirklich lange nicht von der Hand runterbekommen. Ich benutze einfach diese schwarzen Kajals sehr, sehr gerne für meine obere Wasserlinie. Einfach um meinen Wimpernkranz so ein bisschen dichter aussehen zu lassen. Und die kosten, glaube ich, 2 Euro oder so. Und der ist wirklich so gut. Also der gleitet richtig, richtig weich über die Haut. Und der ist ganz, ganz cremig. Also es ist ein richtig, richtig gutes Produkt. Falls ihr einen guten Kajal sucht, den kann ich euch auf jeden Fall schon mal empfehlen. Weil der ist wirklich richtig spitze. Und dann habe ich mir noch 3 Lippenprodukte gekauft. Beziehungsweise das eine ist auch ein Kajal. Aber ich möchte den als Lip Liner nutzen. Denn ich weiß nicht, kennt ihr von MAC den Lip Liner Stone. Das ist so ein richtig, richtig graustichiger Lip Liner. Und ich habe irgendwo gelesen, dass das ein Duke dazu sein soll. Das ist halt ein relativ graustichiger, so braun-graustichiger Kajal. Und ich bin mal gespannt, ob der auf den Lippen funktioniert. Also da werde ich euch auf jeden Fall von berichten, wie der so auf den Lippen ist. Dann habe ich mir noch 2 Liquid Lipsticks von NYX gekauft. Und zwar ist das einmal von NYX der Lingaschi Lipstick in der Farbe Teddy. Und das ist so ein ganz... Ich muss ihn nochmal kurz swatchen, dass ich euch das beschreiben kann. Einfach so ein richtig schöner Braunton, der auch halt richtig, richtig matt auf den Lippen wird. Und ich bin ein richtiger Fan von den NYX Lingaschi Lipsticks geworden. Also ich habe jetzt 2 daheim. Exotik habe ich zum Beispiel schon daheim. Und der ist einfach so genial von der Qualität. Also ich habe den Herbst fest dran gehabt. Und ich meine, du trinkst dann schon deine Masse im Laufe des Abends. Und der hat einfach so bombastisch gehalten. Also ich bin gespannt, wie sich der so macht. Und ich hoffe einfach, dass mir die Farbe so ein bisschen steht. Also ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig mit diesen ganz, ganz dunklen Lippenstiften bei mir. Und weil das noch nicht genug ist, habe ich mir dann noch einen Soft Matt Lip Cream mitgenommen von NYX. Und ich glaube, das ist nämlich eine neue Farbe in der Farbe Berlin. Der ist jetzt noch ein Ticken dunkler wie jetzt Teddy. Allerdings hat der noch so einen leichten roten Unterton, was ich richtig, richtig cool finde. Und ja, ich finde einfach so dunkle Lippenstifte in der Herbst-Winterzeit richtig, richtig schön. Aber ich trage es halt wirklich sehr, sehr selten, weil ich ehrlich sein muss, ich traue es mich gar nicht so. Also deswegen, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich diese auf den Lippen machen. Und jetzt kommen wir zur spektakulärsten Sache des ganzen Hauls. Und zwar Wattepads. Wattepads nehme ich mir immer mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon Unterschiede bei den Wattepads. Also zum Beispiel die Wattepads von Müller kann ich gar nicht empfehlen, weil die richtig, richtig dünn sind. Und ich kaufe einfach am liebsten wirklich meine Matte-Pads. Ist wirklich was sehr, sehr Simples, aber ich finde auch da gibt es Unterschiede. Und deswegen, ja, so meine Lieben, das war es jetzt mit meinem Haul-Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und vor allem, dass ihr euch nicht gelangweilt habt. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für's Zuschauen und fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Und dann, hoffe ich, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt mir unbedingt gesund und bis hoffentlich bald. Tschüss!